Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Jurassic World Evolution Und wir machen jetzt weiter, wir wollen mal gucken Naja, fürs Wetter, aber was wir's machen So, wir wollen mal gucken, wir wollen einen Weg nämlich anlegen Ich will einen neuen Gehege bauen Wir müssen mal ein bisschen warten, bis der Regen aufhört Und dann machen wir erstmal einen Gehege rum Bauen erstmal ein bisschen Geld an und dann... Ich suche sie hier irgendwie hin Was denn der doch? In Costa Rica wird das auch so für die Katz, ey Na, zum Glück gehen Regen, schau hier schnell vorbei Oh na, komm, komm, komm Komm, komm, komm So, und dann natürlich. So, mal gucken. Wir haben das noch nicht so viel Geld. Aber wir haben schon mal ein Gehege für den Affen. Dann stellen wir das Zentrum hier irgendwo hin und dann machen wir da den Weg. So ist mein Plan. So, mal gucken, wie sie finanziellen machen soll es. So. 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 Okay, da muss man dann auch noch mehr ran machen. Okay, da muss man dann auch noch mehr ran. Okay, da muss man dann auch noch mehr ran. Okay, da muss man dann auch noch mehr ran. Okay, da muss man dann auch noch mehr ran. Okay, da muss man dann auch mehr ran. Also dieser Auftrag, dieser Auftrag könnte uns wirklich beiden helfen. Ich bin pleite, ich weiß nicht. Okay, da muss man dann auch mehr ran. Ja, der klappt. Gut. Okay, da muss man dann auch mehr ran. Okay, gerade zu teuer. Okay, da muss man dann auch mehr ran. 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 Die verantwortungsvolle Verwaltung unserer Tiere und eine sichere Umgebung für unsere Besucher sind gleichermaßen wichtig. Das ist richtig. Muss ich die Leute irgendwie da ankurbeln oder was? Ich hab keine Ahnung. Ja gut, ich würde dann aber die Folge hier dann erstmal beenden. Und wir sehen uns in der nächsten Folgen wieder, wenn es wieder heißt GeoVersiWorld Evolution. Ciao mit V.